Schaue tausende Animes im Original mit Untertiteln oder oft auch synchronisiert, bequem und legal über Crunchyroll. Wie das genau funktioniert, was du über Crunchyroll alles wissen musst und was noch alles möglich ist, erkläre ich dir in diesem Tutorial. Als erstes gebe ich dir einen Überblick, was Crunchyroll genau ist und wie es preislich aussieht. Dann erstellen wir gemeinsam einen Account und ich zeige dir im Detail, wie wir Animes finden und schauen können, sowie Mangas lesen und auf den Store, Games und News zugreifen können. Abschließend werfen wir auch noch einen Blick in die Einstellungen. Über die Beschreibung kannst du auch zu einem bestimmten Punkt springen und für mehr Tutorials zu anderen Streaming-Anbietern kannst du meinen Kanal gerne kostenlos abonnieren. Crunchyroll ist quasi das Netflix für Animes, wo wir über die Webseite, App, Spielekonsole oder TV teilweise kostenlos oder mit kostenpflichtigem Abo Animes schauen und auch ein paar Mangas lesen können. Hier gibt es viele Animes direkt nach japanischer Erstausstrahlung im Original mit Untertitel oder oft auch synchronisiert ins Deutsche. Die Mangas sind aktuell nur auf Englisch verfügbar. Doch wie sieht es preislich aus? Grundsätzlich kannst du ein paar ausgewählte Inhalte komplett kostenlos und ohne Account über die Webseite schauen und einen Account zu erstellen ist auch komplett kostenlos, womit du die Inhalte merken kannst und Fortschritte speichern kannst, was auch praktisch ist, wenn du dein kostenpflichtiges Abo pausierst und das nicht verlieren möchtest. Um aber auf die meisten Inhalte zugreifen zu können und das komplett werbefrei benötigst du ein Premium Abo. Hier hast du die Wahl zwischen dem Fan Abo für 6,99€ pro Monat, womit du auf alle Inhalte uneingeschränkt zugreifen kannst und auf einem Gerät gleichzeitig schauen kannst. Die andere Option ist das Fan Abo für 9,99€ pro Monat, wo du zusätzlich auf bis zu vier Geräten gleichzeitig schauen kannst und über die App auch offline. Das Mega Fan Abo gibt es jetzt auch als Jahres Abo für 99,99€ pro Jahr, womit du 16% zum Monats Abo sparst. Alle Abos können mit PayPal, Debit oder Kreditkarte bezahlt werden oder über den App Store, wenn du das Abo über die App abschließt. Über den ersten Link in der Beschreibung können wir aber auch alle Abos 14 Tage kostenlos testen. Doch wie erstellen wir jetzt einen Account bei Crunchyroll? Grundsätzlich müssen wir keinen Account erstellen, um über die Webseite oder die App auf unseren mobilen Geräten auf die Plattform zuzugreifen. Es ist aber praktisch einen kostenlosen Account zu erstellen, um sich Animes und Fortschritte im Account speichern zu können, sowie Inhalte zu bewerten und zu kommentieren. Wir können einen Account einfach direkt über den ersten Link in der Beschreibung auf der Webseite am oberen rechten Rand erstellen. Hier müssen wir dann unsere E-Mail-Adresse eingeben und ein Passwort festlegen. Wir bestätigen auch die Geschäftsbedingungen und müssen mindestens 16 Jahre alt sein, um einen Account erstellen zu dürfen. Im nächsten Schritt können wir dann noch ein Profilbild auswählen, welches uns später am oberen rechten Rand bei unserem Account angezeigt wird. Jetzt müssen wir auch noch einen einzigartigen Benutzernamen erstellen, wo wir uns auch einen vorschlagen lassen können. Diesen können wir später nicht mehr ändern und mit dem oder unserer E-Mail-Adresse können wir uns immer in unser Account einloggen. Bestätigen wir jetzt noch unsere E-Mail-Adresse, können wir den Account direkt auf allen Geräten nutzen, um auf unsere personalisierten Inhalte zugreifen zu können. Wenn wir alle Inhalte freischalten möchten, können wir das Premium-Abo am oberen rechten Rand jetzt 14 Tage kostenlos testen, wo wir einfach das gewünschte Abo auswählen und unsere Zahlungsmethode hinzufügen. Das Abo läuft dann nach den 14 Tagen automatisch weiter, wenn wir es vorher nicht wieder kündigen. Wir können uns jetzt auf jedem Gerät mit unserem Account anmelden, um die Inhalte auch über die App auf unserem Handy oder beispielsweise am Fernseher schauen zu können. Ich zeig dir in diesem Video alles primär über die Webseite, aber die Funktionen sind auf allen Geräten sehr ähnlich. Haben wir uns erfolgreich eingeloggt, können wir jetzt auf alle Inhalte zugreifen und diese anschauen. Hier werden uns auf der Startseite Neuerscheinungen vorgeschlagen und darunter sehen wir alle unsere zuletzt begonnenen Inhalte und können diese direkt weiterschauen. Im oberen Menü können wir dann auch Animes nach Kategorien durchstöbern, sowie direkt zu den Mangas, Games, Store und News gelangen. Am rechten Rand können wir auch nach etwas Bestimmten suchen, unsere Watchlist aufrufen, sowie unser Profil. Durchstöbern wir beispielsweise die Animes, können wir die Ansichten am oberen rechten Rand auch immer filtern und sortieren und wir sehen neben dem Titel auch immer, wann die neueste Folge zuletzt erschienen ist und ob es nur als Original mit Untertitel oder synchronisiert verfügbar ist. Haben wir einen Titel angeklickt, sehen wir auch seine Bewertung und können uns Reviews von anderen Nutzern durchlesen, sowie eine Beschreibung und alle verfügbaren Staffeln und Folgen sehen. Über den Playbutton können wir direkt die erste Folge starten oder uns die Serie auf der Watchlist speichern oder auf einer individuellen Crunchylist. Unsere Listen finden wir direkt über den oberen rechten Rand, wo wir jede Serie über den Papierkorb wieder von der Liste entfernen können oder direkt diese abspielen können. Hier können wir oberhalb auch zu unseren individuellen Listen wechseln, welche wir auch verwalten können und über den Verlauf sind wir chronologisch alle unsere abgespielten Inhalte. Hier können wir den Verlauf auch komplett löschen oder einzelne Inhalte aus dem Verlauf entfernen, damit sie uns bspw. nicht mehr auf der Startseite zum Weiterschauen vorgeschlagen werden. Haben wir einen Inhalt angeklickt zum Abspielen wird dieser direkt im Player wiedergegeben, wo wir unterhalb auch eine Timeline haben und links die Lautstärke einstellen können, sowie direkt zur nächsten Folge springen. Am rechten Rand können wir auch in einen Vollbildmodus wechseln und über die Playereinstellungen auch die Untertitel verwalten, sowie die Videoauflösung und ob die nächste Folge anschließend automatisch abgespielt werden soll. Unter dem Player finden wir auch noch Details zu der speziellen Folge an sich, wo wir diese auch einzeln bewerten und kommentieren können. In der App finden wir unsere Watchlist direkt im unteren Menü, wo wir auch auf alle heruntergeladenen Inhalte in einem eigenen Abschnitt zugreifen können, falls wir ein Mega-Fan-Abo haben. Einzelne Folgen können wir damit direkt in der Übersicht über den Download-File herunterladen. Über die App können wir auch, falls wir ein verfügbares Streaming-Gerät haben, die Serie über einen Chromecast, Fire-TV-Stick und Co. direkt auf unseren Fernseher streamen. Wir haben hier auch direkt im unteren Menü einen Kalender mit den neuesten Inhalten. Diesen Kalender finden wir auch auf der Webseite unter Durchstöbern auf einer eigenen Seite. Neben den Animes können wir jetzt auch noch englische Mangas über Crunchyroll mit dem Abo lesen. Dafür haben wir im Menü einen eigenen Bereich, wo wir direkt die aktuell beliebtesten sehen, aber diese können wir leider nur über den A-Z-Bereich wirklich alle durchsuchen. Das Angebot ist hier auch sehr überschaulich und wenn wir eins angeklickt haben, können wir direkt ein Kapitel anklicken und lesen. Den Reader können wir auch im Vollbild öffnen, unten direkt zum nächsten Kapitel springen und über die Pfeiltasten oder durch das Verschieben des Balkens am unteren Rand blättern. Wenn du die Mangas auf deinem Handy lesen willst, gibt es dafür eine separate App. Mangas sind noch relativ neu bei Crunchyroll, deswegen wird das Angebot und die Funktionen im Player vermutlich in nächster Zeit noch laufend erweitert. Neben Animes und Mangas finden wir jetzt auch noch den Store-Bereich, wo wir in Deutschland aktuell viele Merchprodukte zu einigen beliebten Animes, aber beispielsweise auch direkt DVD-Sammlungen und Mangas normal kaufen können. Dafür benötigen wir kein Premium-Abo oder so. Neben dem Store haben wir dann auch noch die Games, wo wir auf einige Online-Spiele zugreifen können. Diese dienen aber eigentlich mehr als Übersicht und hier werden wir dann immer auf die entsprechende Seite vom Spiel weitergeleitet und können diese meistens auch unabhängig von unserem Crunchyroll-Account spielen. Jetzt haben wir auch noch die News oben im Menü, wo wir über die Anime-Awards, das Crunchyroll-Expo Offline-Event und die Anime-Movie-Night auf dem Laufenden gehalten werden können. Auf der Startseite von Crunchyroll finden wir in einem eigenen Bereich auch News zu aktuellen neuen Animes und Blogbeiträgen, was für die meisten vermutlich am spannendsten im News-Bereich ist. Werfen wir abschließend noch einen Blick in unsere Account-Einstellungen, welche wir über unser Konto am oberen rechten Rand finden. Hier können wir einmal unsere Standardsprache für die Oberfläche, E-Mails und Inhalte einstellen, sowie ob standardmäßig Untertitel angezeigt werden und ob wir nicht jugendfreie Inhalte angezeigt bekommen möchten. Am linken Rand können wir dann auch noch unser Abo einsehen, wo wir es auch kündigen können, sowie sehen, wann die nächste Abbuchung stattfindet. Unsere Zahlungsmethode können wir hier auch verwalten, sowie alle bisherigen Abrechnungen aufrufen. Jetzt können wir auch noch unsere E-Mail-Adresse und Passwort ändern, sowie festlegen, worüber wir per Mail benachrichtigt werden möchten und alle unsere Geräte sehen, mit welchen wir etwas über unseren Account geschaut haben und diese wieder entfernen. Hier können wir auch ein Gerät aktivieren, was relevant ist, wenn wir unseren Account beispielsweise am TV oder der Spielekonsole verwenden möchten. Schließlich können wir auch noch unseren Discord-Account verknüpfen, um dort anzuzeigen, was wir gerade schauen und ganz oben können wir unser Profilbild und Banner bearbeiten. Wenn du deinen Account löschen willst, kannst du das über den Link in der Beschreibung tun. Jetzt weißt du, wie du einfach Animes und Mangas mit Crunchyroll nutzen kannst. Über den ersten Link in der Beschreibung kannst du direkt durchstarten. Und für mehr Tutorials zu anderen Streaming-Anbietern wie Netflix, Prime Video und Co. kannst du meinen YouTube-Kanal gerne kostenlos abonnieren. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.